69,5 Tonnen. Getragen von 600 Tonnen. Am Eurohafen startete am Montag der Umstag von Bauteilen für Windkraftanlagen. Um die schweren Komponenten sicher auf die Bindschiffe verladen zu können, wurde ein gigantischer Raupenkran aufgebaut. Eigentlich nutzt die zuständige Firma Gerzen den Spellerhafen für solche Projekte. Die Firma Gerzen hatte vor einiger Zeit angefragt, weil der Dortmund-Ems-Kanal derzeit im südlichen Bereich gesperrt ist. Es werden mehrere Schleusen überholt und nachgesehen, ob die alle noch in Ordnung sind. Dort ist der Kanal also gesperrt. Dieses Projekt läuft 360 Tage im Jahr. Man hat eine Ausweichmöglichkeit gesucht, um ausreichend Platz und auch für die Verladung den Platz zur Verfügung zu stellen. Platz hat der Eurohafen allemal. Das gesamte Hafengebiet umfasst eine Fläche von etwa 42 Hektar. Zudem bietet der Port vier Umstagliegeplätze. Anhand der Umstagzahlen der letzten Jahre wird deutlich, dass die Attraktivität des Eurohafens immer bekannter wird. Wir sind trimodal, das heißt also Wasser, Straße und Schienenwege laufen hier zusammen. Also insofern ist das ein Hafen, der dann auch von der Region gut genutzt wird, gut genutzt werden kann und auch Zukunftspotenziale bietet. Denn im Rahmen der Diskussion um CO2 denken wir, dass noch mehr Umschläge insbesondere von der Straße aus Wasser kommen werden, hoffentlich auch auf die Schiene, damit dann auch die Verkehrswende, die man ja seit vielen Jahren propagiert, auch tatsächlich mal umgesetzt wird. Honigfort und Kruszewski freuen sich über die positive Entwicklung des Hafens. Luft nach oben sehen sie aber trotzdem noch. Wir sind durchaus in der Lage und haben unsere Kapazitäten noch lange nicht erreicht, obwohl wir derzeit doch schon enorme Umschlagzahlen generieren. Aber immer wieder noch Möglichkeiten, diesen Umschlag auszubauen. Und ja, wie gesagt, wir nehmen jeden Auftrag gerne an. Nicht nur wird hier zurzeit der weltweite Export der tonnenschweren Maschinenteile für Windkraftanlagen vorbereitet. Quasi direkt gegenüber werden andere Bauteile für insgesamt 45 Windräder entladen. Diese sollen in der niederländischen Provinz Drentel zu einem Park aufgebaut werden.